hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufnahme wie ihr seht bin ich an einem anderen ort als ich ja gecampt habe jo es gab ein bisschen probleme mit jo der kamera die ich immer mitschleppe und jo ich habe einfach ja ein bisschen gechillt herumgesucht nach einer höhle haben cherry blossom biome gefunden also kirschblütenwald und noch zwei dörfer und habe so ein bisschen mit einem eisengolem gekämpft ich habe jetzt gerade auch kein eisen mehr und so also es ist nicht ganz so viel passiert es ist einfach mehrheitlich ein bisschen herumlaufen gewesen aber es ist echt nicht gerade so eine tolle dimension also sehr anstrengend manchmal weil viel wald und wiese ist jo ich kann ja auch auf der unsere karte ein bisschen zeigen also schon recht weit gelaufen hier sind wir irgendwo gekämpft genau hier unten und hier war der kirschblütenwald und hier oben habe ich mich niedergelassen ungefähr ja hier genau so hier werde ich irgendwas bauen also wahrscheinlich ein bauernhof da muss ich aber ein bisschen machen und hier habe ich dann höhen gefunden endlich mal so die höhen waren echt schlecht ja und hier auch sehr gefährlich tief also haben wir noch platz also ja ich schleppe schon sehr viel mit jo ja willkommen bei diesem rundspielprojekt dankeschön fürs wieder oder das erste mal einschalten ihr dürft gerne ja mir briefe senden hier unten drunter da unter dem video in die kommentare und mir ein bisschen sachen vorschlagen paar ideen bringen oder ein bisschen mehr helfen technisch er stets neben mir ab also im ersten part ist glaube ich ein bisschen abgestürzt scheinbar aus meiner dimension ist einfach weg gewesen und dann plötzlich ist wieder da gewesen und ja das gibt es manchmal wenn man einfach ein bisschen herumfummelt mit anderen ja von sachen von fremden menschen oder wo man nicht so vertrauenswürdig sein kann ja ich habe überall bienen gefunden es gibt so viele bienen in dieser welt diese dimension das ist schon heftig so leider muss ich kurz ein paar schafe noch holen können und die blauen blumen weiterhin noch kurz ein bisschen einsammeln ich habe nämlich etwas schönes vor und da muss ich mich ein bisschen vorbereiten ich will natürlich als influencer als wirkliche jo wie sagt man dem blogger in einem anderen ort wo ihr vielleicht nicht so real kennt möchte möchte ich natürlich gerne ein bisschen mehr jo und der sandes machen ein blaupausen tisch lass uns zur arbeit gehen okay sehr schön ja die blumen möchte ich noch mitnehmen ich glaube ich brauche keine eier eier sind noch wertvoll sein ich bin aber komplett voll beladen habe so viel gewicht das ist heftigst weil die hellblauen blumen hier die lilien glaube ich oder so auch ideen genau gut dass ich mir das nachschauen kann immer ein schönes lexikon dabei kennt ihr das noch lexikon oh das sind seegurken das ist aber schön da fühle ich mich happy ich bin ein happy happy mecker ich bin ein happy happy mecker ja okay die eier nehme ich auch mit vielleicht gibt es ja ein paar hühner dann muss ich die nicht aktiv sammeln so ich könnte noch mal ein bisschen mehr eisen ergärmen jetzt mache ich mir auch noch aber ich habe ein bisschen angst vor diesem ungestüm nämlich ganz schwere verletzungen schon das kann ein bisschen anstrengend sein so das habe ich mir auch zu nutzen gemacht natürlich so was könnte ich könnte ein bisschen kupfer wegwerfen den mohn brauche ich nicht so dringend so ich könnte eigentlich diese dinge weg machen wie ballen genau das war das wort zuckerrohr habe ich glaube ich genug oder nein das ist das einzige zuckerrohr das habe ich einfach mitgenommen noch ähm ja nehme ich die weisse rolle nicht mehr tut mir leid scharf dass ich dich getötet habe wenn ich dich nicht brauche geht auch nicht gut scheinbar naja laufen wir lieber jetzt habe ich zum guten Glück dabei weiss kann sehr gefährlich werden ich bin mehrheitlich in der höhle wo ich da wieder endlich die kamera zum laufen gebracht habe ohne ziemlich ähm ja unter druck ich habe einen pfeil ins knie bekommen von einem skelett das war nicht so toll ja hallo ingenieur cool äh brauche ich aber leider noch nicht ich kann blumentöpfe ok für die währung ausgeben dankeschön kann ziemlich gut sein ja so aber leider ist wirklich ich bin zu viel beladen das ist nicht so toll so heute wenn es noch reicht möchte ich noch gerne kurz zum sporn zurück wo man in die welt eintaucht ähm da ich ja vergessen habe dort eine markierung zu machen es ist jetzt nicht so schwer also schlimm aber ich mache es wahrscheinlich einfach kurz während der pause beim frühstücken kann man ja nicht immer aufnehmen das ist ja nicht so genau das ding oder so einen ofen möchte ich gerne auch noch holen ich bin halt ein bisschen böses in den dorf wohnen aber das sind ja fachangestellte für dummheit Leder haben wir auch ein bisschen im Inventage könnten wir aber immer gebrauchen so jetzt machen wir uns auf den weg wieder nach hause also das können wir schon mal als hause nennen weil wir einfach auch sehr viel Nahrung brauchen anpflanzen müssen und so das ist sehr wichtig wir machen uns erstmal aus den Heuballen ein bisschen Brot kann vielleicht ein bisschen ja kornig schmecken dann oder ja die Strohballen natürlich schon sehr riechen diese Heuballen was ist eigentlich Stroh und was ist Heuballen Stroh ist breiter glaube ich oder trockener ich weiss es nicht so oh es sind wirklich blockige Höhle also kurz kann ich noch rennen wir haben ja auch noch eine blaue Blume also die sammle ich einfach ein bisschen mehr damit ich ein bisschen ja schön meine Lieblingsfarbe dekorieren kann ein bisschen gärten oder so machen kann so ähm ein paar Sachen brauche ich langsam äh das kann ich auch mal reintun Leder brauche ich gerade nicht einfach mal die Sachen abladen die ich jetzt nicht so dringend brauche es ist schon heftigst also wenn man so viel Stein mitnehmen muss und so das ist schon heftig so wo ist mein Obo mal oder so gut ähm die Bäume was noch nicht der Baum war schon hier ja wie soll ich euch ein bisschen mehr unterhalten oder das machen doch diese blogger auch die ganze zeit in dieser modernen realen welt wie kann man denen einfach so ein bisschen unterhalten ich möchte natürlich auch lustige und spannende dinge machen zum beispiel ein bisschen zucker am pflanzen sehr spannend lieber hier ein bisschen mehr und hier geht es vielleicht auch seit wann geht das nicht schon eben also ich möchte frauen vielseitig sein ok physics mod ja 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 habt ihr schon ja vielleicht im ersten park gesehen ich habe ein kleines haustier dabei locker müssen das haben sonst sind sie einfach nicht gerade so die interessanten leute natürlich eine kamera mit ganz großem verlängern ist auch sehr wichtig so wir haben genug kohle das ist wichtig jetzt machen wir erstmal das eisen und ja ich könnte da mal schon ein bisschen brot herstellen auch sehr wichtig also das könnte ich auch noch braten bei ungebratenes fleisch ist sehr schlecht für die gesundheit ähm ja machen wir alles dann gut also was soll ich bauen ich habe jetzt leider meinen baum mein holz nicht ich muss einfach mal ein bisschen mehr von diesen bäumen anpflanzen ich hätte gerne noch andere baume ich hätte gerne ein bisschen schutz von diesem lavasee ich glaube ja ich mache den lavasee weg ich weiß nicht ich habe ihn nicht gesehen als ich mich hier niedergelassen habe war einfach nicht dort unterwegs einfach habe nicht gerade hingeschaut ähm ist mein setzling wieso tun die bäume manchmal keine setzlinge bringen jetzt bin ich böse aber wieso gibt es so wenig setzlinge man muss immer ständig in mengen anpflanzen so die brauche ich ja nicht mehr das ist nur ungewöhnlich wie schwer sind so setzlinge die sind relativ also wenn sie ziemlich klein sind sind sie natürlich ziemlich leicht noch also nicht leicht aber für die grösse schon ein bisschen schwer es geht so fest auf die knie auf die fersen ich weiß nicht wie das heisst Synthikus Synthibas Band oder so ein Band was vorne am 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 Fuß zum Bein ist Synthose Synthese Band oder so das habe ich erst kürzlich mega angeschlagen Asynthesmoses Band und genau ja jetzt fällt es mir wieder ein ok jetzt kümmern wir uns erstmal um etwas wichtiges oder bei Seven vs. Wild nein bei Minecraft oder ich weiss nicht wie die Dimension heisst ich bin ein bisschen schlecht bei beim raussuchen von Gedanken von Erinnerungen deshalb manchmal auch ein bisschen schusslicher ne ich denke einfach viel zu viel ich bin ein bisschen komplizierter liebe Menschen ich wollte irgendwas machen na eine Gartenschere äh ok so weg damit kommen keine Setzlinge raus das Spiel äh nein sorry die Dimension die will mich natürlich ein bisschen trollen äh und ich bin halt ein bisschen schusserig das kann schon mal passieren ja aber ja ich bin noch irgendwo anders eingeladen in Hamburg an der Helbe glaube ich und äh dort ja bin ich noch ein bisschen schusseriger das kann mal passieren aber sollte niemanden betreffen der denkt ja es müssen alle perfekt sein he also wie ich möchte gerne ein bisschen tolles Fleisch essen also wirklich tolles ich nenne es Steak Steak ist einfach einfach fein in der anderen Dimension ah ich liebe ich liebe es einfach so ähm genau was könnten wir mal ich tue einfach meine Lieblingsblumen anpflanzen einfach weil ich es kann und andere nicht ja dieses sind es Mose Band das ist ziemlich empfindlich beim im Fußballspielen was ich sehr viel gemacht habe jetzt hier ich kann keinen Ball craften kann hier mal ein Fußball für mich ja herstellen das wäre wichtig aber der rund ist ja wenigstens ein bisschen rund so was ah jetzt endlich mal für Weizen Weizensetzling oh dafür bin ich Hobbybär gerne oh yes seht ihr Vloggen hilft oder das das hilft immer schön man kann einfach mit anderen Leuten ihre schusseligen Dinge ja wie ich einfach die Kamera einfach falsch geladen habe also der Speicher einfach nicht richtig eingebaut habe im zweiten ja in der zweiten Folge das das ist schon ziemlich ja doof aber gut es ist einfach ja meine Kamera hat echt wenig Speicher ich muss es immer sofort hochladen auf YouTube ja und wenn ihr wollt dass ich manchmal ein bisschen ja in der anderen Dimension die nicht so blockig ist ein bisschen etwas mache und ihr auch Lust habt zuzuschauen und ja ja wie ihr es schätzt dann könnte ich das gerne machen bald am Anfang wahrscheinlich kurz mit dem Handy eventuell auch mit der GoPro aber sobald es wieder heiß ist ist die GoPro einfach so ein mega heißes Ding mit dieser Qualität die die bietet ich möchte gerne eine andere Kamera haben aber ja die hat ja zu wenig Speicher hier bei dieser blockigen Welt wo ich nur so mitnehmen konnte die wäre sonst zerbrochen die wären 1000 Splitter wie wenn ich etwas esse oder seht ihr also dieser Dreck am Boden es ist nicht gerade so toll wenn man eine Kamera benutzt die man nicht kann so ich brauche einen zweiten Ofen ok ich habe Glück und das ist toll wunderbar ich habe das beste und letzteste Essen und das so schnell dass ich eigentlich glücklich bin fast fast glücklich fast nicht aber oh da ist aber etwas wirklich grosses gewesen ach schön ich mag grosse Bäume sie sind einfach nur ein bisschen mühsam leider ja gibt es halt nicht mehr so Vereinfachungen und Spieler wollen nicht mehr so gerne diese Mods machen die ich dann einfach hier unter wirklich eine schöne Dimension habe machen wenn ihr versteht oder so auch gut ich habe ja ein bisschen Bezug oder ich weiss ja was das genau ist wo ich hier leben muss aber so Sachen muss ich heute manchmal auch sagen geht ja nicht anders ihr wollt ja auch etwas wissen oder ja aber ich kann gerne mich ein bisschen zurückhalten oh schön das macht so viel Spaß es sieht einfach so cool aus ich mag es einfach mal irgendwo anders auf einem anderen Planeten oder so zu leben ist doch etwas einfach was ganz anders aussieht ziemlich bloggy also ich muss gucken also so Sachen brauche ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ähm ich muss auch gucken dass ich hier irgendwo anfangen kann ja das ist doof das muss ich ein bisschen auswischen äh ich mach das ich tue mal kurz ein bisschen mich umplan so ähm zuerst dann mal ja ich kann es einfach hier hin klatschen ich bin acht ob ich es wisse Dinge leider die ein bisschen seltener sind so ähm ist gut ein bisschen durchplanen gell das ist ein bisschen chaotisch wenn man so viele Blöcke plötzlich hat diese dummen Blöcke so also aber scheinbar kann ich wirklich die Sachen richtig lange auf dem Boden lassen das ist auch etwas was man halt einfach auch jo haben muss sonst geht es Staub drüber und sie verschwinden einfach im Boden ist nicht so toll so ich bin recht fleißig scheinbar also ich kann recht schnell vorwärts kommen muss aber ein bisschen schauen dass ich nicht überarbeitet bin das ist sehr anstrengend aber jo Hauptsache man sie ist nicht immer ständig unterwegs ich weiß nicht ich finde gerne Sachen lustige Sachen interessante Sachen ähm jo aber manchmal dauert es schon ein bisschen ich möchte gerne ab und zu mit einem Pferd unterwegs sein oder mit einem Lama Kamel einfach ähm ich möchte ein paar Freunde haben und so weiter und deshalb habe ich auch jo noch eine andere Dimension wo man sich ein bisschen treffen kann also wenn ihr da Lust habt jo so und jo ähm dort gibt es einfach nicht ganz so viele Sachen aber man kann das auch mit etwas anderem als diese Erweiterungen ähm noch einstehen aber das muss jemand für uns persönlich machen das kann ich nicht einfach so von fremden Menschen holen erstens mal die wissen es auch nicht dass sie es machen müssen nur über mich weil ich einfach gute Ideen habe und es ist einfach auch ziemlich schwer zum herstellen aber wenn jemand das kann dann ist das natürlich super das sind einfach Datenpacks oh das ist ein Freund jetzt habe ich schon meinen zweiten guten Freund jo also mein Haustrache der ist ganz nett der weisst nicht was ist das ich weiss schon was das ist glaube ich also ich kann es mir ein bisschen erraten aber es sieht ein bisschen komisch aus oh ich mache die Akazien bitte bitte verkauf mir Akazien ich möchte mal kurz in die Nähe gehen aber nicht zu nah das war ziemlich merkwürdig ja es ist es ist wirklich es sind böse Menschen die heißen Plünderer die plündern Besen Besen oder Dörfer das ziemlich böse die muss man den muss man noch ein bisschen fernhalten die haben Armbürste ja sehr schlimme Dinger weiss ui ja wenn man noch nicht so erfahren ist das ist klar lieber nicht zu viel einfach vorsichtig sein so für ein Setzling anpflanzen ein bisschen in einem Wald machen es kann auch gefährlich in einem Wald sein aber das ist jetzt nicht gerade so schlimm kann ich schon ziemlich gut retten hoffentlich sonst bin ich ja dann letztlich tot aber gut man hat ja 700 Millionen Leben und ein bisschen noch dazu ich glaube ist ziemlich unendlich also mich freut's dass ich so ein bisschen sicherer sein kann ja ja so der rohe Lachs möchte ich gerne noch ja irgendwann mal braten jo also ich mag diesen Baum ich mag die Lamas nur diese blöden stinkenden Typen da die mag ich nicht so die sind ziemlich nervig jo also wie geht unser Haus ähm genau ich möchte es von hier ja ich muss jetzt den Ofen mal ich mach jetzt alles mal ein bisschen besser hin ich mache äh die Kiste ist auch ein bisschen falsch ich mach das mal so und tue einfach die Kiste ein bisschen umlegen das kann ich ja machen die Kisten sind von ähm mein Kea das ist so ein Möbelgeschäft äh die hab ich doch selber gecraftet ich bin halt ein craftingmeister das ist so ziemlich jo meine Hauptbeschäftigung hier ich 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 hole mir die Sachen einfach aus Zauberhand aus Kisten aus Blöcken raus ähm indem ich Blöcke reinwerfe und dort ein bisschen herumfummel so ähm genau was könnten wir noch machen ein bisschen anpflanzen wir könnten noch ein paar Blumen hinstellen hm Frankreich ne ähm das könnte oh was ist hellblau was hat hellblau geisendrot ähm Uruguay ne das ist glaube ich nicht hellblau könnte aber sein Argentinien ist glaube ich hellblau aber das ist nicht rot noch so noch mehr Weizen oh nein Weizen habe ich ja gar noch nicht so schlecht kann ich mir Dinge mehr ich hab einfach viel zu viel im Kopf das ist ein bisschen schwer so kann manchmal passieren auch weil man einfach noch relativ müde am frühen morgen ist tun ein bisschen abmessen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zehn mal zehn unser Haus unsere Wohnstätte ja ist richtig oh nicht verletzen gut wie machen wir da weiter ich hätte gerne auf ein helleres Heißen da wäre Birke sehr gut ich hätte aber gerne auch ein anderes Material nur haben wir noch nicht so viel gesammelt also ein paar Dinge möchte ich noch verbessern ich möchte ich möchte ein ja lilanes Gebäude haben ne sorry das ist nicht so mein Ding ich bin lieber ein Ascoli äh ja ich habe ein bisschen Probleme wie geht der Baustoff aus ich muss schlafen sonst kommen die Monster aus dem Gräben aus dem Gräber gut ok zum ersten haben wir sich noch etwas zu braten nicht aber mehr Fleisch ah doch wir haben noch etwas zu braten wunderbar ich mag Lachs so ein bisschen ange äh braten grilliert ja ziemlich gut müsst ihr mal machen einfach ein bisschen Lachs braten ich weiß manche Leute haben echt keinen Bock zu äh kochen aber wenn man das so easy einfach in den Ofen schmeißen kann dann ist es doch nicht so Ding esst mehr Lachs in dieser blockigen Welt dann werdet ihr schön rund und glücklich ja unbedingt einfach mal ein bisschen mehr euch ums Essen kümmern ah hallo ich hab wieder einen neuen Freund oh das ist geil machst du hier eine Wabe hin komm bitte komm ein bisschen zu mir wo hast du denn dein Zuhause da drüben irgendwo leider kann ich nicht so einfach Bernglas benutzen geht irgendwie nicht muss ich noch Kräften äh brauche ich Gold dafür nein ok ich brauche so ein Verstecker eine Kristallscherbe hm Mist ich dachte schon an Glas war es noch aber ja wie machen wir jetzt muss ich einfach mal Birken haben noch das ist kein Baum ich hab noch keinen F äh ich hab noch keinen Eimer Gold Wasser unendliches Wasser des Boden des Flusses komm her und hilf mir gegen hitzige Lava wie heiß ist Lava 1000 Grad wahrscheinlich viel mehr aber ziemlich heiß okay ich hab keine Gräse kaputt gemacht da bin ich glücklich so jetzt können wir gleich noch ein bisschen ja Pause machen aber im nächsten Park können wir gleich noch ein bisschen Werkzeuge machen so ich äh ja bedanke mich für diesen schönen Block äh in einer anderen Dimension macht wirklich viel Spass ich hoffe euch auch ich hoffe äh ja ihr habt ein bisschen Zeit für mich als ja Influencer bin natürlich noch nicht so weit in der realen Welt also in der realen Welt wo ich meistens mich herumhänge aber ja soll ja auch ein bisschen Rollenspiel sein und ich versuche es einfach aber manche Sachen muss man halt auch ein bisschen sagen noch nehmen also so komplett Rundspiel kann ich es nicht machen aber ich freue mich über über alle Briefe gell also die bekomme ich jo ich habe hier auch noch das gleiche Internet also ich kann mit euch kommunizieren ja viel Spass noch auf YouTube oder in der normalen äh ja realen Welt ohne so viele Blöcke und ja bedanke mich einfach riesig dass ihr mich schätzt hoffentlich ihr dürft gerne auch Kritik sagen ihr dürft auch gerne ein bisschen etwas herumnörgeln ein bisschen sagen ja mach doch auf Wunsch einfach dieses Zeugs und nicht so langweiliges bauen oder ja herumreißen ihr dürft immer ein bisschen sagen bitte unterhalten mich wieder ein bisschen äh schneller und öfters jo oder ähm einfach Wünsche und Verbesserungen oder Verschlechterungen weiss es nicht gut ähm ja ein paar Sachen kann ich noch ein bisschen besser einstellen ich weiß aber nicht genauso wie einfach diese großen Sachen da im Vordergrund und ja sagt man Drachen noch tschüss der fühlt sich immer wieder wenn ihr einschaltet aber ich zwinge euch nicht und der Drache auch nicht aber wäre schön also der fühlt sich schon ein bisschen sehr einsam der ist auch dann wirklich in der Dimension wo ihr euch auch auftragen könnt und ja den seht ihr leider selber scheinbar dann nicht außer ihr benutzt die Feder der fetter Lounge aber gut also dankeschön fürs Zusehen fürs ja unterhalten werden und ich muss aufhören und ich muss so langsam aufwachen es ist 7.50 Uhr also relativ früh noch bin schon um 5.30 Uhr wach geworden und habe da noch die Mods installiert und ja ich habe noch nichts gegessen ähm ich hatte noch ein paar Abstürze nach dem ersten Part scheinbar noch und ja es könnte immer wieder abstürzen wenn ich irgendwas einstelle also ich muss ein paar Sachen begrenzen ja gut der Wegpunkt ist eigentlich ziemlich gut gesetzt ja alles andere machen wir dann lieber wieder ein bisschen Rollenspiel typischer und währenddessen tue ich noch kurz essen also vielen lieben Dank tschüss macht's gut und ja vielleicht sieht man sich wieder oder ja hört sich wieder auf jeden Fall tschüss tschüss